Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Krümel Baut. Heute gibt es die Review zu TGL Supercar. Hat die Produktnummer T5037, besteht aus 5588 Teilen und ist im Maßstab von 1 zu 6. Das ist das größte Auto aus Klemmbausteinen, was es als Set so erhältlich zu kaufen gibt. Kleines Highlight noch, Electro-Plated Metal Parts. Wer TGL schon mal gebaut hat, der kennt das. Das sind also nicht nur einfach graue Teile, sondern die glitzern noch so ein bisschen. Habe ich ja schon auf meinem Kanal ein paar dazu gezeigt. Könnt ihr gerne mal Kanal aufrufen, Videos, Playlist. Gibt es eine TGL-Playlist und da findet ihr dann jede Menge Sets, die diese Teile schon verbaut haben. Das Set gibt es in vier Varianten. Zwei davon bei Joy, wo ich ihn bestellt habe als statische Version. Nämlich die Farben. Die Seite wollen wir machen. Es gibt nämlich die graue Variante. Ja, das ist grau. Manche, habe ich gelesen, dachten, das ist schwarz. Nein, der ist grau. Und so eine blau-violette Variante. Und die hat wohl so einen Perleffekt, das je nach Ansicht, das zwischen blau und violett wechselt und nach Lichteinfall. Hier ist es einfach nur, dass das graue heller und dunkler wird. Halt so ein klassischer Metallic-Effekt. Da ist halt auch noch der Farbwechsel mit drin. Und dann gibt es das Ganze auch noch motorisiert bei Joy nicht. Also zumindest jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob er dann irgendwann vielleicht noch das Motoren-Kit dazu anbietet. Da wären dann nochmal dabei drei XL-Motoren, ein M-Motor, ein Servo-Motor, eine Verlängerungsschnur, ein Akku und die passende Fernbedienung dazu. Ich habe mein eigenes Kram reingebaut und gleich vorneweg meine Empfehlung, macht es nicht. Nein, tut es nicht. Macht einfach keinen Sinn. Aber da kommen wir später drauf zu sprechen. Ja, unterteilt ist das Ganze in 13 Bauabschnitte. Die Anleitung ist sehr dick, aber gut bei über 5.500 Teilen. Wir haben hier 350 Seiten und insgesamt 1177 Abschnitte, bis es dann zu den Aufklebern kommt, die ich hier irgendwo als Lesezeichen mal drin hatte. Das sind die Aufkleber. Hält sich in Grenzen. Erstmal hier für die ganzen Motoren. Dann Lüftungen. Cockpit, Cockpit. Und hier außen so dezent Supercar in transparente Aufkleber. Das ist okay. Jetzt gleich mal Highlight 2 neben den Electro-Predited. Keine Aufkleber für Carbon. Das sind alles Drucke. Also wir haben bedruckte Teile bei TBL. Alles bedruckt. Und das passt größtenteils so linienmäßig, dass das auch durchgeht. Hier vorne die komplette Motorhaube. Leider hier die Teile nicht. Das hätte ich mir eigentlich auch noch gewünscht, wenn sie es schon machen, dass es dann komplett voll wäre. Und jetzt hier dieses Riesenteil. Da auch nochmal bedruckt. Die hier sind dann auch in Metallic-Gold-Stil gehalten, die Teile. Ja. Das also zu den Aufklebern und gleich mal zu den Drucken. Anleitung gucken wir uns noch kurz fertig an. Die ist prinzipiell als Basis, sage ich mal, die statische Version in blau-lila gehalten. Das heißt, erstmal ein Unterschied statisch-dynamisch wird immer mit grünen Bildern dargestellt. Das haben wir hier zum Beispiel. Das macht man RC-Version. Das hier ist manuelle Version. Wer also manuell oder statisch baut, braucht die grünen Bilder überhaupt nicht beachten. Einfach ignorieren und durchbauen. Wer es motorisiert bauen will, warum auch immer, muss die grünen Bilder beachten. Das funktioniert an sich ganz gut. Nur, dass alle anderen Bilder dann immer nur die statische Version zeigen. Also ihr seht, hier, da ist kein Motor drin. Klapp uns mal hoch. Ist halt für die statische Version. Das gibt an einer Stelle Probleme. Nämlich, wenn es an der Front um ein Zahnrad geht. Jetzt habe ich mir die Seite natürlich nicht gemerkt. Ich depp. Aber das finden wir. Moment. Kann nicht so weit weg sein. Hier ist es noch nicht drin. Jetzt muss es gleich kommen. Hier ist es noch nicht drin. Weil in der statischen Version setzt man Liftarme, die man motorisiert nicht reinsetzt, weil da ja ein Motor dran soll. Und hier ist es. Da. An der Stelle. Das alles hier zeigt die statische Version. Das, was dazu kommt, ist auch statisch. Statisch. Aber. Jetzt gucken wir mal hier. Hier ist ja dynamisch. Da haben wir hier Liftarme weggelassen. Wenn ihr hier guckt, da ist das Zahnrad. Ich hoffe, ihr seht es. Oder ich versuche es mal hier heranzuhalten. Ah, dann wird es so undscharf. Aber da ist das Zahnrad. Das alte. Und da seht ihr ja so einen querliegenden schwarzen Liftarm. Jetzt gucken wir hier in der statischen. Da. Da ist der Liftarm nicht da. Da würde der später halt irgendwie stören. Oder warum auch immer. Er ist halt nicht da. Dann muss dieses Zahnrad hier rein. Und es zeigt, wie es gegen den Liftarm schlägt. Wenn ihr motorisiert baut, ist der Liftarm nicht da. Ihr müsst also aufpassen, dass ihr das Zahnrad nicht einen Stat zu weit nach hinten schiebt. Das muss über dem unteren liegen. Das ist die einzige Stelle, wo sie hätten nochmal aufpassen müssen. Und das explizit hinschreiben. Weil sonst könnte es halt Probleme geben. Also das. Da achtet drauf. Was haben wir hier? Bauschritt 890. Ja. Kriegt man eigentlich, wenn man drauf achtet, mit. Aber ich wollte es euch extra nochmal sagen. So. Und dann die zweite Sache ist. Da blättern wir jetzt einfach mal hier hin. Ihr seht. Hier ist alles lila dargestellt. Da ist dann jedes Mal ein kleines Beetchen drunter. Tauschen lila-grau. Also wenn es um lila Teile ging, musste ich immer die grauen Teile nehmen. Das ist dann so der zweite Unterschied. Ansonsten. Alte Bauschritte sind leicht verplasst. Alles ist rot umrandet. Teilübersicht, was man braucht. Pfeile. Alles ganz klassisch. Das lässt sich also rein anleitungstechnisch ohne Probleme bauen. Aber. Warnung. Es ist definitiv nicht für Einsteiger. Es ist das Set, was mich am meisten Nerven gekostet hat. Abgesehen davon, dass es auch gleichzeitig mein größtes ist. Neuer Rekord. So groß war ich noch nie. Ich war bei 5. Ein bisschen. Jetzt bei 5,5. Es sind Stellen dabei. Ich hole nochmal die Anleitung. Bauschritt 377. Das Zahnrad der Hölle. 377. Wo haben wir es? 33 ist mal zu weit. 85. 82. Da. Das muss man zweimal machen. Das ist das zweite Mal. Da unten muss ein Zahnrad rein. Seht ihr das? Da leicht rot umrandet. Genau in der Mitte. Da kommt man einfach nicht ran. Also von unten nicht. Irgendwie mit dem Finger. Man muss das Zahnrad da reindrücken. An einem Liftarm. An der Kante vom Liftarm vorbei. Wenn es um die Kante springt. Springt es meistens durch. Man muss es trotzdem irgendwie versuchen mittig zu halten. So zu drehen, dass die Achse von oben durchpasst. Es ist der Wahnsinn. Es ist das schlimmste Zahnrad, was ich jemals verbaut habe. Und generell solche Stellen, die sehr fummelig sind. Wo man nicht mehr rankommt. Kommen sehr oft vor. Es ist also nicht anspruchsvoll im Sinne zu verstehen, wie die Technik ist. Das kommt noch dazu, dass da viel Technik drin ist. Sondern es sind diese Stellen. Und das liegt, glaube ich, auch zum Teil an der Gestaltung des Ablaufes. Dass man später irgendwo ran muss, wo man einfach nicht mehr oder kaum noch rankommt. Weil es nicht so, dass man baut, quasi Achse, Achse, das irgendwie verbinden und dann die Verkleidung drumherum oder dass das modular ist. Nein. Man fängt an der Hinterachse an, baut ein bisschen nach vorne, fängt dann schon mit der Verkleidung an, baut ein bisschen nach vorne, Verkleidung. Also man ist dann bis hierher und da fehlt die komplette Vorderachse noch. Also die kommt, glaube ich, erst im Bauschritt 10 oder 11 dran oder 12. Wirklich. Das habe ich noch nie so komisch aufgebaut gesehen. Und das macht es dann halt wirklich kompliziert, dass da dann halt noch irgendwo eine Verbindung hin muss, die man hätte viel früher machen können. Und das finde ich halt irgendwie, es ist sehr anspruchsvoll, sagen wir es mal so. Und es ist groß. Machen wir gleich noch die Größe. Der ist knapp 69 Zentimeter lang. Also von hier von vorne bis hier, das ist die hinterste Kante. Dann ist er 20 Zentimeter hoch. Und jetzt müssen wir mal gucken. So. Ja, er ist halt wirklich, ich wurde gefragt, finde ich es gut, finde ich es nicht gut. Nein, ich will nicht, dass ich 1 zu 6 durchsetze, weil es ist einfach viel zu groß. Hier sind es 28 Zentimeter mit Seitenspiegel 32 Zentimeter. Das heißt hier, die klassischen Billy Aufbewahrungsregale spielen hier einfach nicht mehr mit. Ihr kriegt das in kein Billy rein, weil die ja nur 30 tief sind. Das heißt, er ist wirklich massiv groß. Und guckt mal auf Facebook. Ich habe da mal so ein Bild, wo ich meine ganze Porsche habe. Da sieht man den 911 GT3 RS daneben stehen. Das sieht halt so aus, als ob ein 1,10er neben dem 1,8er steht. Wenn ein 1,8er neben dem steht. Also der ist wirklich größer. Er ist nicht so groß, um das 1 zu 6 zu rechtfertigen, weil dann müsste er nochmal 6 Zentimeter größer sein. Also der Maßstab ist immer noch. Aber das ist ja immer so eine Sache mit den Maßstäben, dass das nie 1 zu 1 passt. Haha, 1 zu 1. Er ist aber definitiv größer als 1 zu 8 Modelle. Also ich sage mal so 1,68 oder so. Ich habe es nicht genau ausgerechnet. Der müsste aber, glaube ich, für eine 911er 75 Zentimeter, glaube ich, lang sein. Es fehlen dann halt so 6 Zentimeter ungefähr in der Länge. In der Breite habe ich dann gar nicht erst gerechnet. So, das also dazu. Die Teilequalität. Teilequalität, kurz auch nochmal. Es sind Dreierpins und Axtpins in Blau verbaut. Ich habe viele getauscht, damit ich außen möglichst wenig Blau sehe. 60, glaube ich, waren es Dreierpins und ich glaube knapp 40 Axtpins, die ich getauscht habe. Das also dazu. Schön ist allerdings, dass Viertelpins schwarz sind. Also hier diese, gerade hier, wenn es hier diese Verbindungskonnektoren sind und da so ein Viertelpin durchkommt, die sind alle schwarz. Da kann man hier auch ein paar, wenn man den hat, rausnehmen und Blau reinsetzen. Weil hier drunter zum Beispiel unter der Leiste sind viele Viertelpins. Da kann man dann, wenn man den baut, vielleicht seine eigenen Blauen reinsetzen, die schwarzen rausholen und dann in anderen Sets austauschen, wo es optisch nervig wäre. Ja, ähm, wie macht man am besten weiter? Funktion. Oder, ne, ich drehe ihn jetzt erstmal, bevor ich ihn jetzt hier runternehme. Ja, tut mir leid, dass das halt hier alles so ein bisschen eng ist. Das ist eigentlich so eine Sache, die mich am meisten stört, dass das 1 zu 6 keinen Mehrwert hat. Weil letztendlich haben sie die bewährten Bautechniken für einen Porsche, ja, sehe ich gerade, ist es ein bisschen verschoben. Das muss hier raus und gerade. So, jetzt haben wir die Leiste richtig. Haben sie die bewährten Bautechniken genommen und es einfach nur größer gemacht. Wie zum Beispiel, ähm, hier vorne haben die 1 zu 8er halt, ich glaube, zwei Panels oder ein Panel. Lasst mich mal kurz, äh, ich drehe mich mal rum. Genau, die haben hier ein großes Panel und dann quer, ähm, Flügel. Hier haben sie halt drei Panels hingemacht und das breiter gemacht. Aber es ist jetzt nicht so, dass er deswegen viel detailreicher wurde oder die Linien schöner dargestellt wurden. Ich meine, abgesehen davon, dass ich finde, das ist ein Porsche oder gerade der 911er so leicht, ich könnte es nicht. Aber man macht halt große, runde Scheinwerfer, äh, die Motorhaube ein bisschen ab und vorne ein bisschen rund. Und jeder sagt sofort, okay, alles klar, ist ein Porsche 911. Ähm, das ist also ein recht einfaches Modell, um zu zeigen, es ist ein Porsche oder das ist dieses Modell. Und da fehlen mir dann halt irgendwie so dieses, boah, da lohnt sich die Größe, weil es ist noch detaillierter und noch schöner. Klar, sie haben hier hinten, drehen wir es nochmal zurück, äh, so gut wie keine Lücken. Das ist ja in Ordnung. Aber trotzdem, habe ich auch gelesen, dass das den einen oder anderen stört, haben sie das dann hier so kantig gemacht. Da hätte man sich doch dann hier, das muss übrigens so ein bisschen unter das Panel, also, ähm, da hätte man doch dann, wenn man die, den Platz hat, das alles ein bisschen schöner machen können, finde ich. Also, ja, er sieht erstmal imposant aus, aber wenn man ihn dann wirklich im Detail sich anguckt, ist er halt einfach nur größer. Und jetzt kommen wir mal zu den Funktionen. Ähm, die Größe bringt dann halt auch Probleme mit sich. Hopp, und dafür nehme ich ihn dann jetzt mal runter. Ah, das Ding weg. So, huch, da seht ihr übrigens, ich habe einen Pin ausgetauscht. So, stellen wir ihn mal hin. Der ist ja motorisiert, eine Akkubox, die sitzt hier hinterm Fahrersitz, kommt man sehr leicht ran. Fernbedienung an, ich habe das jetzt hier übrigens Moldking, also das ist eine Moldking Fernbedienung, Moldking Akkubox. Motoren sind, keine Ahnung, wild, da ist Kader drin, Sembo, glaube ich, Moldking, keine Ahnung. So, ähm, der hat ein höhenverstellbares Fahrwerk. So, das funktioniert. Und jetzt nach oben, das dreht ein XL-Motor. Also der hat da schon zu kämpfen. Aber er schafft's. Ähm, und wieder runter. So, das funktioniert. Ähm, aber da hört man schon, wenn ein XL-Motor Probleme hat. Ähm, okay, das ist, in der Anleitung ist ein roter dargestellt. Ich weiß nicht, ob die roten noch mehr Drehmoment haben. Aber ein XL-Motor hat halt hier schon zu kämpfen, das Gewicht hoch und runter zu tragen. Dann haben wir, ähm, den Türmechanismus. Easy Entrance heißt das übrigens, hab ich gelernt. Da fahren die Sitze nach hinten und die Türen sollen aufklappen. Die bleiben aber hängen. Also beim Aufbau hat's bei der Beifahrertür noch fast immer geklappt. Hier, ähm, die ist immer hingeblieben. Zum einen, ihr seht, hier ist sehr viel Spiel drin. Wenn ich das jetzt hier mal rumdrehe, seht ihr das da drinnen an dem Liftarm. Der sitzt auf einer, oder da sitzt die Schnecke auf einer Achse, die auf beiden Seiten zu viel Spiel hat. Und dadurch wabbelt das hier erstmal auf diese Distanz. Und gleichzeitig hängt natürlich durch die Größe auch viel mehr Gewicht auf die Tür. Und die sitzt dann hier an der Kante an. Und wenn wir es jetzt wieder zumachen. So, zack. Da habt ihr es auch wieder gemerkt. Ist an der Kante hängen geblieben. Irgendwann zieht es drüber, über die Kante. Und dann funktioniert es. Aber es ist halt nicht hundertprozentig. So, jetzt hängt es da an der Stelle. Und jetzt mache ich hier nur ganz leicht so ein bisschen anheben. Zack. Und dann schnappt es sie auf, weil der Druck ja dahinter ist. So. Das ist also die eine Sache. Die Funktion zu bauen und so. Und wie das funktioniert, das ist schon sehr cool. Was mich dann aber wiederum stört, ist, dass wenn die Tür zu ist, der Sitz halt komplett weit vorne ist. Man kann das ein bisschen halt tarieren so, dass die Tür noch nicht aufspringt. Und der Sitz halbwegs mittig ist. Das sieht dann halt nach einer anständigen Position für den Fahrer aus. Und die, das funktioniert auch alles. Also da gibt es jetzt, oh, ja, der Teller ist im Weg. So, Entschuldigung. Und das funktioniert alles. Und da gibt es auch keine Probleme. Und das kann man dann auch alles handen machen. Wie man natürlich die Höhe per Hand an einem Knauf drehen will. Falls den einer statisch gebaut hat, sagt mir bitte, ob das funktioniert. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man per Hand hier drinnen an einem Knauf das hochgedreht bekommt. Das will ich echt mal wissen. Ja, das also dazu. Und dann natürlich noch das Fahren. Und da hatte ich auch schon beim Aufbau erzählt. Ich bin zwei Meter gefahren und dann hat das Kaderngelenk hier zerruppt. Gut, also, hier haben wir es. Da oben, die Nase. Ist zwar unscharf, aber ihr wisst, was ich meine. Die hat es rausgehauen. Dann habe ich die Seite gegen ein Metallgelenk ausgetauscht. Und dachte mir, okay, ich konnte dann beim Aufbau, also wenn ihr den mal fahren sehen wollt, zum einen am Ende mal ganz kurz. Und beim Aufbau Teil 2 am Ende auch hier auf dem Tisch mal ein bisschen vorwärts und ein bisschen was zurück. Habe das gegen ein Metallgelenk getauscht. Ich hatte aber nur eins. Und habe gehofft, dass die andere Seite hält. Dann bin ich gefahren und er fährt los. Und er fährt und er fährt. Und in dem Moment, in dem er dann den Schwung hat und man vom Gas geht und das Gewicht dieser 5500 Teile das Gegendrücken der XL-Motoren für den Antrieb drückt. Also die Motoren wollen sich nicht bewegen. Das Gewicht will weiter. Dann hat es natürlich sofort auf der anderen Seite das andere Kaderngelenk zerschossen. Und er fährt jetzt nicht mehr. Also wenn ich jetzt hier, da hilft es dann auch nicht, dass die neuen oder die aktuellsten Lego-Design-Differenziale eingebaut sind. Die drehen dann halt einfach frei, weil die Verbindung zum Rad nicht mehr besteht, weil das Kaderngelenk gebrochen ist. Von daher der nächste Grund, warum das Ganze dynamisch einfach keinen Sinn macht. In meinen Augen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr den unbedingt fahren wollt, er war auch gar nicht so langsam. Also ich sage mal, das war durchaus auf einem Niveau von einem langsamen 1.8er. Tauscht da die Kaderngelenke aus und erhofft, dass das dann die einzigen Probleme sind. Dann fährt er auch halbwegs. Aber es macht halt auch nicht wirklich Sinn, weil der so groß ist. Der Wendekreis ist groß. Das macht dann auch wenig Sinn, finde ich. Dann kann man sich auch in der Größe halt schon ein normales RC-Auto hinstellen und fahren. Hat man wesentlich mehr Spaß mit. Ja, ansonsten funktioniert, also ja okay, er ist jetzt runtergelassen, aber die Federung funktioniert so halbwegs. Bei mir ist es auch so, dass das, das ist wirklich die Federung und nicht die, das Spiel der Höhenvorstellung. Also das kommt noch dazu, wenn ich den jetzt, oder ich kann ja mal versuchen nochmal hochzufahren. Jetzt habe ich ja alles ausgemacht. Wo war es hier? Ah, wahrscheinlich gibt der Akku jetzt auch langsam auf. So, jetzt ist er oben. So, also, ah, jetzt habe ich das Zahnrad. Okay, also das passiert dann auch, wie gesagt, das ist dann zu viel Gewicht. Aber hier federt durchaus auch ein bisschen der Stoßdämpfer. Das sind die großen aus dem Daytona. Zwei Stück pro Seite, pro Rad. Und die sind Knüppelhart. Dadurch, da passiert auch nicht viel. Da muss man schon richtig heftig drücken. Und da kommt gleichzeitig auch noch das Spiel der Höhenvorstellung dazu. Das, ihr habt es ja knacken gehört, da ist dann ein Zahnrad einfach übergesprungen. So, das Blinken irritiert ja ein bisschen. Von daher, statisch. Hinstellen. Imposant. Und sich freuen. Jetzt haben wir ungefähr die gleiche Höhe wieder. Ja. Haben wir noch Funktionen? Man kann die Klappe aufmachen. Ach, eine Sache habe ich euch gar nicht gezeigt. Tach, Entschuldigung. Das müssen wir doch nochmal anmachen. Wo ist die Akkubox? Weil, also wir haben also die Höhenvorstellung, das Easy Entrance mit Sitz und Türen. Und dann, wenn wir lenken. So, jetzt hoffe ich, das funktioniert. Auf allen Dingen so, dass ihr es seht. So, achtet mal hier auf dieses Element. Wo muss ich drücken? Hier. Seht ihr, das zuckt ein bisschen. Das soll so ein Aktivspoiler sein. Ganz simpel, einfach nur von der Lenkung durch. Und dann wackelt da ein Liftarm mit, der das Ganze hoch runterdrückt. Aber das ist dann halt auch wieder das Gewicht des Spoilers. Es ist halt so hoch, dass man das kaum sieht. Aber in der Theorie funktioniert es halt auch. Sogar motorisiert. Ja, das auch nochmal so als Funktion. Jetzt schieben wir nochmal ein bisschen nach hinten. Hatte ich jetzt schon über die Teilequalität? Ne, über die Teilequalität, da bin ich dann zu den Pins und so. Also Pins sind wieder sehr straff. Also Pins sind wieder sehr straff. Ansonsten funktioniert alles. Es ist viel Technik drin, durch das Höhenverstellung, Easy Entrance, Aktivspoiler. Sehr viel im Vergleich zu anderen Autos, aber auch wieder kein Mehrwert, der die Größe rechtfertigen würde. Also Brunos P1 hat genau das alles drin, besser umgesetzt. Außer den Easy Entrance, ja okay. Aber den Rest sehr gut umgesetzt, in einem kleineren Maßstab, der besser funktioniert. So Punkt, das ist also mein abschließendes Fazit zur Größe. Also ich sage mal, der Rest ist gesagt. Einmal bauen, okay. Ich kann euch noch kurz zeigen, habe ich hier irgendwo nur mal einen Größenvergleich. Na, gerade kein Reifen drauf. Ah, meine Lotterwirtschaft. Okay, machen wir es anders. So, das ist die Daytona-Felge. Also ihr seht, die ist im Durchschnitt kleiner. Dann haben wir hier mal ein Porsche-Rad. So, das wird dann auch schon wieder kleiner. So, und dann einfach mal, das ist auf einem 1.8er Porsche drauf, das ist auf einem 1.6er Porsche drauf. So, das können wir hier mal wegstellen. Aber dann seht ihr ungefähr, wie massiv viel größer das ist. Ja. Was kann, ach so. Trans-Black-Panets haben wir hier noch vier Stück, zwei auf jeder Seite. Das ist noch so ein kleines. Ansonsten, es hat nichts gefehlt. Es bleiben Teile übrig, dadurch halt statisch-dynamisch. Und ich dachte mal, es fehlen Teile, aber die haben sich in der Tüte verhangen. Die kamen dann wieder auf. Und eine Sache, die störend ist, Konnektoren mit Achse, mit Achseanteil. Also wo eine Achse rausgeht, hier mit einer Achse oder mit zwei Achsen, wenn es so im rechten Winkel rausgeht. Die sind nicht Metallic. Die sind zwar so leicht glitzerig grau, aber bei Weitem nicht das Metallic. Das ist bei TGL immer so. Ich weiß nicht, warum sie das nicht hinkriegen. Das ist halt irgendein anderes Material. Die stechen ein bisschen heraus und an der Stelle sieht man sie. Und hier vorne sehe ich auch gerade auch... Da ist auch nochmal so... Ach, hier sieht es gar nicht. So, jetzt. Da ist auch nochmal so einer. Ansonsten, von Farben her, ist es okay. Also das Grau, okay. Je nachdem. Es gibt keine groben Unterschiede. Die Unterschiede, die man sieht, kommen einfach nur, weil das Licht anders bricht. Wie zum Beispiel dieses Panel sieht immer einen Tick heller aus als das andere, weil es nach innen gebogen ist und das hier gerade ist. Dadurch bricht das Licht anders und es sieht unterschiedlich aus. Und wenn man dann ein bisschen hochklappt, dann sieht man, okay, das ist die gleiche Farbe. Und jetzt sieht es halt heller aus. Einfach nur, weil das Licht anders bricht. Ja, gut. Soviel dazu. Genug gequatscht. Ihr wisst jetzt hoffentlich alles, was ihr wissen wollt. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Und lasst dabei gleich noch einen Daumen da, weil es euch natürlich gefallen hat. Hoffe ich jedenfalls. Gut, soviel von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.